Hallo und guten Abend. Höher, schneller, weiter. Herausforderungen machen Spaß und schaffen Selbstvertrauen. Um das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes zu erhalten, muss man intensiv trainieren. Auf der Sportabzeichentour geht es aber auch um Begegnungen, wie z.B. in Kaiserslautern. Aktion Mensch bedeutet für mich Bewegung. So Sportabzeichen zu machen, ist für mich eine Ehre. Es gibt immer jemanden, der besser ist, aber mir macht das nichts aus. Ich sage immer dabei sein, nicht alles. Ich finde es wirklich klasse. Ein selbstverständlicher Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung. Dafür setzt sich die Aktion Mensch ein. Und Sie machen das mit Ihrem Los möglich. Hier sind die Hauptgewinner der Woche. Der Sofortgewinn in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro geht an das Glückslos mit den Endziffern 6111762. Der Dauergewinn von bis zu 10.000 Euro monatlich geht an die 2193468. Der Kombigewinn geht an die Gewinnzahl 9852142. Und die Zahlen des Zusatzspiels lauten 70559. Alle Gewinnzahlen der anderen Lose finden Sie im ZDF-Text Tafel 560 und auf aktion-mensch.de. Mit dem Glückslos der Aktion Mensch haben Sie jede Woche die Chance auf tolle Gewinne. Lose gibt es bei allen Banken und Sparkassen und auf aktion-mensch.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen.